Maischberger, der Podcast. In dieser Staffel geht es um Macht. Wer sie hat, wem sie fehlt, wer sie anstrebt. Eine Stunde lang spreche ich mit den Mächtigen und mit Menschen, die für ihre Überzeugung kämpfen. Mein Gast heute gehört seit Jahrzehnten zu den erfolgreichsten Musikern Deutschlands. Fast 100 Millionen verkaufte Platten, das gibt ihm natürlich eine gewisse Macht, denn er hat Erfolg. Diesen nutzt er auch, um sich einzumischen. Zum Beispiel mit dem sehr schönen Satz, ich bin Millionär und liebe die SPD. Über Politik, Schlager und seine bewegte Kindheit spreche ich heute mit Roland Kaiser. Schönen guten Tag, Herr Kaiser. Guten Tag, Frau Mechberger. Schön, dass wir uns hier in Berlin treffen. Das ist ja Ihre Geburtsstadt. Können Sie eigentlich noch gut Berlinern? Wenn ich mich anstrenge, bestimmt, ja. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel Berlinern müssten, auf die Frage, was ist das Beste an dieser Stadt? Es gibt eine schöne Geschichte über das Berlinern, ja. Berliner können ja eigentlich kein Z sprechen, eigentlich nicht. Sie sagen ja, Zeitung, zur Seite. Nur einmal sagen sie plötzlich Europa-Center und das ist falsch. Das ist das Schöne an den Berliner. Ich kann natürlich Berlinern selbstverständlich. Berlin ist für mich eine Stadt, die ungewöhnlich lebendig ist, die mit den Gegensätzen, die sie in sich gut umgehen kann. Und ich finde, Berlin ist eine der Lebensverhältnisstätte der Welt für mich. Also ich bin, habe jetzt auch einen zweiten Wohnsitz, woanders, klar. Aber ich... Münster, oder? Genau. Man kann aus Berlin wegfahren, aber verlassen kann man die Stadt eigentlich nicht, wenn man hier geboren wurde. Und wenn Sie doch nochmal berlinerisch mir antworten auf die Frage, was macht den echten Berliner aus? Was ist das für ein Mensch? Man sagt, der hat eine große Schnauze, eine große Klappe. Und Hans-Berlin ist in der Wolke, nur ich bin noch zu sehen, nach dem Motto. Aber ich bin kein großer Freund des Dialektes, des Berliner Dialektes. Ich versuche das immer zu vermeiden. Ja, es ist auch lange her, muss man sagen, dass Sie hier aufgewachsen sind, die Kindheit verbracht haben. Ja, ich bin 40 Jahre hier gelebt. Also eigentlich kann ich das schön, selbstverständlich. Aber ich spreche lieber Hochdeutsch. Das machen wir in diesem Podcast auch über das Aufwachsen. Im Wedding reden wir gleich. Aber erstens, dass Sie drei fragen, die alle Gäste in diesem Podcast in Berlin beantworten. Wer ist die mächtigste Person in Ihrem Leben? Die mächtigste Person in meinem Leben? Oh Gott. Das war sicher meine Mutter. Ja, sie war für mich die mächtigste Frau in meinem Leben. Sie hatte mich sehr beeinflussen können, hatte auch die Kompetenz und die Macht, mich zu bestimmten Dingen zu überreden. Das war meine Mutter, ja. Über die reden wir auch gleich. Wann haben Sie sich das letzte Mal ohnmächtig gefühlt? Im Moment fühle ich mich ohnmächtig, weil ich in der Situation, in der wir alle stecken zurzeit, habe ich das Gefühl, dass die Politik ohnmächtig wird, wenn es um das Thema Impfpflicht geht. Sondern es gibt immer irgendwelche Zusagen, Vermutungen, Aussagen, wir werden es machen oder vielleicht auch nicht und die sind alle zerstritten in sich. Mir fehlt die Führungsfigur in Deutschland, die mal sagt, wo es hingehen kann. Ich erinnere mich gerne an Helmut Schmidt, der solch ein Mann war, der sagte, wo es hingeht. Und dann folgten ihm die Menschen auch. Also das fehlt, da fühle ich mich ohnmächtig. Ich habe keine Chance, da einzugreifen. Das macht mich zurzeit ohnmächtig, ja. Ja, glaube ich, teilen viele das Gefühl. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie viel Macht haben Sie? Also, ich glaube, Macht habe ich nicht viel. Ich habe gewissen Einfluss, aber bei Macht würde ich sagen, beinahe 1 eher. Was ist der Unterschied zwischen Einfluss und Macht für Sie? Einfluss hat viel mit Überzeugung zu tun und Macht hat viel mit Druck zu tun. Und ich mag es nicht, Druck auszuüben auf andere Menschen. Hatten Sie, waren Sie früher mal anders drauf? Mit Druck auszuüben? Eher nicht. Ich war früher eher Druck, weiß ich nicht. Vielleicht war ich sogar früher ignoranter als heute, wenn es um die Interessen anderer Menschen ging eine Zeit lang. Vielleicht ein, zwei Jahre lang. Aber heute bin ich ein sehr, ein sehr mitfühlender und eher toleranter Mensch, ja. Roland Kaiser ist zu Gast. Wir haben vor zwei Wochen uns in der Sendung getroffen. Sie haben eine Autobiografie herausgebracht, eine faszinierende Geschichte unter dem Titel Sonnenseite geschrieben. Ich bin sehr froh, dass wir heute die Möglichkeit haben, da noch ein paar Fragen hinterherzustellen, weil ich gar nicht so viel stellen konnte in der Sendung. Sie sind geboren eben in Berlin im Mai 1952. Und was ich nicht wusste, ist, dass Ihre Mutter Sie nach der Geburt, ich weiß nicht, ein, zwei, drei Wochen später vor einen Stift abgelegt hat. Wann haben Sie das denn eigentlich erfahren? Später von meinem Vormund, meinem amtlich Bestellten. Das ist eine Zeit gewesen, wissen Sie, in der ein Mädchen mit 17 Jahren die Chance nicht gehabt hätte, ein Kind groß zu ziehen, ohne soziale Missstände erleiden zu müssen. Ihre Eltern und ihre Großeltern waren streck dagegen und haben sie mehr oder weniger gezwungen, sich von dem Kind zu trennen. Was für mich ein Riesenvorteil war, weil sie hat dann später noch mit, glaube ich, weiteren wechselnden Partnern noch mehrere Kinder bekommen und die alle bei anderen Pflegeeltern dann untergebracht wurden. Also es wäre für mich nicht so gut gelaufen in meinem Leben wie mit meiner Pflegemutter. Ella Oertel. Genau. Wie alt war eigentlich Ihre Mutter, also diese Mutter, Ella Oertel, zu der Zeit, als sie sie aufgenommen hat, als Baby? Das muss gewesen sein, natürlich 50, weil die mit 65 kam sie in Rente damals und ja, ja, sie war Anfang 50, ja genau. Wie muss ich mir diese Frau vorstellen? Also mich hat das wirklich berührt, weil das ist eine Frau, die nicht mehr jung ist. Das ist eine Frau, die als Putzfrau ihr Geld verdient und die trotzdem noch ein Baby aufnimmt. Ja, sie hatte eine unglaublich, eine unglaublich hohe soziale Kompetenz. Sie hat, weil sie kein Kind hatte und keinen Mann hatte, hat sie das Jugendamt unterstützt, indem sie bei Müttern, die damals alleinerziehend waren, hat sie gesagt, okay, ich nehme die Kinder auf eine Weile, wenn die mal in Urlaub fahren wollen oder sie mal holen wollen. Und damals gab es ja dann, irgendwann kam ja das Müttergenesungswerk in Deutschland auf und dann hat sie gesagt, ich helfe und übernehme kleine Kinder für eine Zeit lang bei mir zu Hause. Und dann kam das, das kam das Jugendamt, sagte Frau Oertel, ja, wir haben hier einen kleinen Jungen, den könnten Sie für immer haben, als Pflegemutter. Und dann hat sie die Chance ergriffen und hat mich übernommen. Das war mein großes Glück. Und dann haben Sie mit ihr zusammen und ich glaube in der Schwester gelebt. Ja, in der Schwester, ja. Fünfzigerjahre dennoch, da ist jetzt eine Frau, die hat ein kleines Kind, die ist unverheiratet. Wie hat die Gesellschaft, wie hat die Umgebung darauf reagiert? Nein, die wussten ja alle, dass es ein Pflegekind war. Sie hatte eine Riesenfamilie gehabt. Und wenn wir feierten, das waren immer 50, 60 Leute. Es war immer sehr lebendig. Lebendig, ja, das haben Sie gut gesagt. So stellt man sich jetzt auch vor, wieder gesehen in der Biografie. Es wurde gut genossen und getrunken, es war immer lustig. Und das war eine ganz wirklich schöne Familie. Ich war ein Teil dieser Familie sofort. Und da wurden auch keine Fragen gestellt, wo das Kind jetzt herkommt. Weil man kannte diese Frau und man wusste, dass sie immer kleine Kinder bei sich hat, die ihr nicht gehörten. Und irgendwann war ich immer da und dann haben sie gesagt, der bleibt jetzt hier einfach. Der bleibt jetzt hier. Und hilft ihr? Also mit sieben Jahren haben Sie mit Ihrer Mutter Zeitungen ausgetragen, weil offensichtlich der eine Job ja nicht ausreichte für den Lebensunterhalt. Sie schildern, dass der Kohleofen zum Teil mit Briketts dann beheizt wurde, die Ihre Mutter aufgesammelt hat. Die sind vom Wagen runtergefallen? Ja, das sind früher mal. Am Anfang hat sie das, als ich noch sehr klein war, hat sie das gemacht, weil dann, ich glaube, in den Güterwaggons gefahren, dann hat sie die Kohle, die runtergefallen ist, eingesammelt am Bahndamm. Das war so, das war so, die sieben, acht, neun, zehn Jahre nach Kriegsende war das eigentlich üblich, einfach um Geld zu sparen. Und Sie haben manchmal Brennnessel statt Spinat gegessen? Ja, genau. Das hat meine Mutter gemacht. Wenn man das kocht, ist der Effekt des Brennens weg, dann kann man das essen. Schmeckt ähnlich wie Spinat, ja. Also nicht gut für einen kleinen Jungen oder doch? Ich lebe ja noch. Es war generell eine ganz andere Zeit. Einmal davor gab es Fleisch und das war immer dann freitags nachdem, wo ich gebadet, oben in der Waschküche, nachdem die Wäsche dann fertig war. Also heute würde man sagen, das sind prekäre Verhältnisse, es ist Armut, die Toilette war auf der halben Treppe, das ist so eine Berliner Erfindung, die man, glaube ich, anderswo seltener sieht. Also es ist Armut, heute würde man sagen, es ist prekär. Wie kam es Ihnen als Kind vor? Ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt. Ich hatte eine schöne Kindheit. Die war rau, aber herzlich. Ich hatte eine fantastische Mutter, ich hatte eine große, gute Familie, hatte viele Freunde in meiner Straße. Meine Freunde waren alle so arm, wie ich war. Da gab es diesen Sozialneid gar nicht und wir kamen gut durch. Die Besitzstände waren nicht so wichtig. Aber es waren auch gleichzeitig die 50er Jahre, wo ja dann doch der Wohlstand anfing, ja, sichtbar zu werden. Dann kamen doch die Ersten, die hatten ein Auto, die Zweiten hatten Fernseher und so weiter. Wie war das? Wie haben Sie diese Zeit erlebt? Also wir hatten kein Fernseher, kein Telefon, kein Fernseher, natürlich kein Auto, klar. Der Erste, der bei uns ein Auto hatte, war mein Cousin, der Egon. Irgendwann, zwar schon weit in den 60er Jahren rein, ein Opel Kadett hat der dann gehabt. Das war ein Wunder für uns alle. Und wir haben ja Fernsehen gesehen, solche Dinge wie Dörbridge-Krimis beim Nachbarn, ja. Meine Mutter hatte einen Hang zu Operetten und guckte gerne Operetten im Fernsehen. Und dann musste ich meist mit und das war für mich nicht einfach, Operetten anzugucken. Ja, weil irgendwie hat das ein Tor mal hinterlassen. Wahrscheinlich, ja. Aber dieser Teil der Kindheit hört bei Ihnen abrupt auf, als Sie 15 sind und Ihre Mutter eigentlich vor Ihnen, wie soll man sagen, buchstäblich vom Stuhl fällt. Sie waren... Ja, sie ist von der Leiter gefallen. Sie war auf der Leiter, wollte die gewaschenen Vorhänge wieder aufhängen und stürzte einfach runter. Sie hat den Schlaganfall gehabt. Und damals war ja nicht einfach Handy anfassen, anrufen, ich musste halt zum... Sie waren dabei, Sie waren im Zimmer. Ich habe die Leiter gehalten. Und dann musste man immer runterlaufen zum Nachbarn, der ein Telefon hatte, dann kam die Feuerwehr. Ja, da wurde sie eingeliefert und ist dann nach drei Wochen gestorben. Das war halbseitig gelähmt und war also ganz furchtbar. Haben Sie... Wie bewusst war Ihnen in der Situation, dass es was sehr Ernstes ist? Ja, ja, wenn... Meine Mutter war eine hochaktive, sehr gesunde Frau. Die war also eine begeisterte Wanderin, die ist gerne gewandert, hatte eine gute Kondition, hat nie geraucht und wenig getrunken und war fit eigentlich. Für mich war sie fit wie ein Tonschuh. Und schlägt plötzlich da hinten vor mir und war nicht... War abwesend und hatte das Gesicht leicht verzogen, weil die Hälfte gelähmt war sofort. Und damals gab es ja keine Stroke Units für Schlageinfälle, sondern die wurden dann anders behandelt. Denn ich habe sie halt drei Wochen lang besuchen können und mir war klar, wenn diese Frau geht, besteht für mich die Gefahr, dass ich dann in ein Heim komme, weil ich dann mit 15 nicht alleine leben kann. Das heißt, zu der Trauer um den Menschen kam die Angst ums eigene Leben. Genau, genau. Haben Sie noch Abschied genommen? Ist sie nochmal wach geworden im Krankenhaus? Sie ist wach geworden. Ich habe sie regelmäßig besucht, sie hat auch verstanden, was ich wollte und sagte. Aber sie konnte halt nicht mehr sprechen, weil sie war halbseitig gelähmt. Und das war für mich eine... Es war sehr, sehr traurig, das mit anzulehnen. Und Sie sind ins Heim gekommen tatsächlich, als Sie gestorben sind. Wenige Tage, ja. Für eine kurze Zeit sind Sie... Wenige Tage, ja. Ich habe da meine Zeit verbracht, bis dann sich die jüngere Schwester meiner Mutter entschieden hat, mich zu übernehmen und mich den Weg zu begleiten, bis ich erwachsen war. Dass ich da nicht im Heim leben muss. Das war für mich ein Sprung in eine ganz andere Welt. Das waren vielleicht zwei, drei Kilometer nördlicher Richtung Tegelhoch, Reinickendorf. Sie hatte einen Balkon, sie hatte ein eigenes Zimmer, hatte ich plötzlich. Sie hatten Telefon, Fernseher, warmes Wasser, eine Badewanne. Also alles, was ich nie kannte persönlich. Ist das ein Schock, wenn man es dann hat? Oder haben Sie gedacht, jetzt habe ich das endlich, ich habe es nicht? Das war angenehm für mich zu erleben, klar. Das war eine ganz andere Frau. Die war lebensfroh, die war lebensbejahend. Die liebte, dass sie hatte eine gute Witwenrente. Ging gerne irgendwo ein Likörchen trinken und rauchte ihre Zigaretten. Und war eine ganz lebensfrohe Frau. Die wurde auch sehr alt übrigens. Ja, und hat offensichtlich doch auch finanzielle Mittel gehabt. Sie hat Ihnen einen Führerschein geschenkt und ein Auto dazu. Genau, ja. Nicht schlecht. Gut, es war ein alter Käfer natürlich, aber es war extrem. Ich war ein glücklicher Mensch. Plötzlich war ich, wie damals bei einem Fahrradmobil. Das hatte ich natürlich für einen jungen Menschen mit 18, 19 ein unglaubliches Gefühl. Und in dem Zusammenhang haben Sie von Ihrer leiblichen Mutter erfahren, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, es war schon ein bisschen skurril. Sie kamen zu meinem Vormund und sagten, ich brauche Ihre Unterschrift. Für den Führerschein nämlich. Ich sage, warum? Naja, normalerweise müsste deine Mutter unterschreiben. Seit zwei, drei Wochen hat sich das Gesetz geändert, dass wenn die leiblichen Eltern noch leben, müssen die solche Sachen unterschreiben. Weil deine Mutter ist vor ein paar Tagen gestorben und jetzt kann ich das unterschreiben. Und er hat gesagt, dann erzählen Sie mir noch mal ein bisschen was davon von meiner Mutter. Und er blieb immer so im Wagenbereich. Ja, hat man erst dann bereitgeschwitzter und dein Vater ist auch schon tot. Und er kam nie in die wirkliche, er hat nie wirklich Details dann mir erzählt. Aber Sie haben irgendwann mal darüber gesprochen, das klang jetzt so, als ob Sie im Rotlicht waren, also als prostituierte Wohlgearbeitung. Kann man da hinein interpretieren, aber belegt man das nie wirklich. Aber das, mh, Entschuldigung. Ich weiß es nicht genau. Es könnte sein, aber ich kann es nicht beweisen. Es ist vielleicht eine Vermutung von mir gewesen, weil es alles so indifferent war, was er gesagt hat. Naja, man hat halt, war immer sehr unstet in ihrem Leben, hatte viele Partner, viele Kinder und so. Und dass der Vater auch gestorben war eines nicht natürlichen Todes, hat auch dieser Mann Ihnen erzählt? Ja. Aber was wissen Sie darüber inzwischen? Ich habe da nie nachgeforscht, Frau Meisberger. Warum nicht eigentlich? Das habe ich mich gefragt. Das kann ich Ihnen sagen, weil ich einfach mein Leben immer nach vorne lebe. Das ist interessant, weil es gibt ja viele Menschen, also bei Adoptionen weiß man das und eben aus dem Bereich, dass sie irgendwann mal dann doch den Wunsch haben zu wissen, wo komme ich eigentlich her? Was ist in meinen Genen? Was ist sozusagen in meiner, was befindet sich in meinem Erbgut? Also jetzt nicht genetisch gesehen, sondern einfach so. Das hat Sie gar nicht interessiert. Nein, ich glaube, ich bin eher ein Mensch, der vertritt die Meinung, wenn, wenn, gibt es diese schöne Geschichte mit dem Königssohn und dem, der vertauscht wird, dem einen Mann und der andere, eigentlich Bettler, fällt nicht auf als Königssohn, weil er eben in dem Umfeld groß wird. Also das ist, ich glaube, das Umwelt und die Erbgut sind mehr prägen als das Erbgut, glaube ich persönlich. Aber abgesehen davon hat es mich nicht wirklich interessiert. Das Einzige, was ich weiß, wenn ich meiner Mutter begegne, wenn wir da oben mal anlanden würden, würde ich mich bei dir bedanken, dass sie die Klugheit besessen hat, mich nicht selber groß zu ziehen. Das ist aber trotzdem auch eine harte Aussage, ne? Finden Sie? Nein, also ich stelle es mir vor, es reißt einem so ein bisschen das Herz raus, wenn man sich vorstellt, dass eine junge 17-Jährige dann eben ein frisch geborenes Kind dann auslegt, also aussetzen muss. Das ist eine herzerreißende Geschichte doch. Ja, und deswegen würde ich mich bei ihr bedanken, weil sie diese Klugheit besessen hat, mich abzugeben und nicht mit mir zu scheitern. Ja. Ronald Keiler heißen Sie eigentlich. Also den Keiler, den Keiler... Er ist eher so ein, würde ich sagen, amerikanischer Name. Ronald ist eher undeutsch. Ja. Und das war damals auch der Anlass meines Produzenten, der sagte, Ronald Keiler, das können wir nicht lassen. Männliches Wildschwein, das kann man eben machen. Und dann haben sie lange diskutiert und irgendwann kamen sie auf die Idee zu sagen, wir lassen den, auf dem Ronald machen Roland und aus dem Keiler machen wir den Kaiser. Und dann, wie gefällt dir das nicht? Das finde ich ganz schön. Also wenigstens keine Anglizismen, so wie white oder black oder red oder sowas. Roland Kaiser. Kaiser. Eigentlich wie für Sie gemacht. Ja, nun nicht, aber das ist alles gut so. Das Kind aus dem Wedding wird dann ein Kaiser doch. Ja, das ist für eine Dokumentation ganz schön, aber wirklich ein Leben. Sie haben in der Nähe gemacht als Kaufmann, Sie haben in einem Autohaus gearbeitet. Werden Sie heute eigentlich noch ein guter Autoverkäufer? Ich war ja keiner. Ich habe mich damals schon blamiert. Mein Beruf war ja, ich musste alles mal einkaufen, verkaufen und Lagerhaltung und was man eben alles machen muss. Und ich habe im Bereich Verkauf immer versagt. Ich habe immer versucht, den Geschmack der Menschen zu beeinflussen. Wenn da jemand kam und wollte ein gelbes Auto mit braunen Polstern und gesagt, das kann man eben machen. Das sieht ja nicht aus. Und er wollte ein Auto haben mit zu wenig PS, aber Automatik. Dann habe ich gesagt, da fahren Sie gar nicht los, lassen Sie das bitte sein. Und dann hat er gesagt, ja gut, denn Sie scheinen das ja nicht zu wollen. Dann ging der meistens mit seiner Frau aus dem Haus wieder raus. Und meine Kollegen haben sie einfach ausgeschrieben. Und ich habe das immer versucht, die zu überzeugen von besseren Dingen. Und deswegen bin ich daran kläglich gescheitert. Eigentlich als Verkäufer wäre ich nie geworden. Man hat mir mal angeboten, dann ins gehobene Management zu gehen. Das haben sie verstanden, dass ich da was ein Talent für hätte. Stattdessen sind Sie Musiker geworden. Darüber reden wir gleich. Allerdings ist da noch eine Sache interessant, dass Sie in der Schule vom Musikunterricht befreit wurden, weil Sie angeblich so schlecht gesungen haben. Ja, das war ganz interessant. Der Herr, mein Musiklehrer, hieß Marschinski, witzigerweise. Und er hat die für mich unmöglichsten Lieder von uns singen lassen wollen. Und ich habe das geschafft, immer so ganz einen Hauch daneben zu singen. Das tat ihm unglaublich weh, weil er Gutes gehörte. Ich habe so lange ihn penetriert, bis er sagte, Keiler, raus. Und dann hat er reingeschrieben, mein Zeugnis, keine Benotung da, kein Gehör. Und dann war ich raus. Was für Lieder waren denn das? Was? Was für Lieder waren denn das? Auf dem Gelben Wagen und im Frühtau zur Berge, diese ganzen Lieder, die ich nicht so mochte. Es war so unzeitgemäß. Damals hätte man ja machen in der Musikunterricht sagen können. Dann gab es eine musikalische Entwicklung. Dann gab es die Rolling Stones, die Beatles. Dann gab es den Rock noch. Er hätte viel machen können. Aber er war eher beim Hoch auf dem Gelben Wagen. Wie toll, dass Sie so gut gesungen haben, dass Sie knapp daneben lagen. Sie wurden ein Star, Sie wurden reich. Was mich da jetzt noch interessiert im Zusammenhang mit der Biografie ist, dass Sie auch über die Zeit dann nachher gesagt haben, Sie seien ein Arschloch gewesen. Was haben Sie damit gemeint? Also ein Arschloch ist schon ein hartes Wort. Ich war jemand, der irgendwann in dem Zeitpunkt so 81 bis 82, so ungefähr, Anfang, Ende 82, so zwei Jahre ungefähr, glaubte, dass ich die Weisheit mit Löffeln gefressen habe. Also alles, was ich mache, funktioniert. Und dann hatte man eine Menge Leute um sich herum, die einem immer Recht gaben. Ich nenne die mal Klaköre. Und irgendwann dachte ich, so kannst du nicht weitermachen. Dieses nicht mehr kritisierbar sein, nicht mehr zuhören können, wenn Leute dir Ratschläge geben wollen, die es ernst meinen mit dir und gut meinen. Dann dachte ich, okay, du hörst jetzt auf, dich mit solchen Leuten zu umgeben. Und du hörst auf, Leuten über den Mund zu fahren, wenn sie in dem was sagen wollen, was vielleicht richtig sein könnte. Und habe damit aufgehört, einfach von selbst. Du hörst mal eine kurze Zeit, also Sie haben geschrieben, ich wurde ein kleiner Diktator. Es war eine ganz kurze Zeit, wo Sie das dann genossen haben, sozusagen die Machtposition, die man ja dann hat. Ich weiß nicht, Macht ist jetzt einfach irgendwie, man genießt es, man genießt es, wenn man nur Zuspruch kriegt und keine Kritik mehr. Wenn Kritik kommt, will man sie nicht zulassen. Das ist dann eher eine, wie gesagt, über den Mund fahren als eine Diktatur. Würden Sie sich heute nochmal für eine Homestory in einer, was war das, eine rote Marmor-Badewanne mit goldenen Armaturen ablichten lassen? Nein, natürlich nicht. Ich habe damals, da war eine von einer großen deutschen Zeitschrift, eine Journalistin da mit einem Fotogramm, das sieht doch gut aus, Sie haben doch einen jungen Körper. Dann können wir doch mal reingehen, ein schönes Foto für uns alle und so. Und ich dachte... Merkt man das eigentlich in dem Moment oder wenn man das Foto sieht oder eben, wenn man älter ist und dann drauf schaut? Also ich fand das richtig, das auch abzubilden in meinem Buch, weil ich dachte, ich will den Leuten auch mal zeigen, welchen Verführungen man erlegen kann. Und das ist ja auch, finde ich, wenn man etwas schreibt und den Leuten etwas zeigen will, muss man ja auch seine Fehler zeigen. Ich finde, Autobiografien, in denen immer zu lesen steht, ich war der Erste, der das erkannt hat, ich war der Erste, der das gemacht hat. Ich finde, ein Buch sollte ein bisschen Demut und Fehlerhaftigkeit ausstrahlen können, also Menschlichkeit zeigen. Das war ein Riesenfehler von mir. Heute würde es mir nicht mehr passieren, aber weil ich das gelernt habe. Ich bin der Verführung erlegen, einfach, jetzt liege ich in der Badewanne und die ganze Nation kann mir gucken, wie ich nur da sitze in meiner schönen Wanne, die ich bezahlt habe und finde mich ganz toll. Wie toll haben Sie sich gefunden eigentlich? Weil Sie haben ja offensichtlich eine Selbstdistanz zu sich immer gehabt. Also bei dem Foto fand ich das schon, ich hatte immer eigentlich ein ungutes Gefühl dabei. Ganz schön eitler Fatzke. Dann dachte ich, das machst du nie wieder sowas. Das gab es heute nicht mehr. Nachzulesen und das Foto sieht man in dem Buch Sonnenseite, das ich an dieser Stelle empfehlen möchte, weil es erstens sehr, sehr gut geschrieben ist und zweitens einfach viel über sie erzählt. Wir reden gleich weiter über Politik und Schlager und ob das überhaupt zusammengeht. Aber erst gibt es hier die Kategorie Einsatz zu. Einsatz zum Matrosenanzug. Das war die Lieblingsbekleinung meiner Mutter, die sie an mir am liebsten sah. Den durfte ich immer anziehen, wenn wir ausgingen sonntags, egal wohin. Matrosenanzug und Lackschuhe. Und das war für mich, so rausgeputzt zu werden, war für mich nicht einfach zu ertragen. Deswegen sind Sie ja mal sogar von einem Boot gesprungen. Richtig, ja. Ich bin auf einer Wannsee, auf einer Bootswirt auf dem Tegler See. Da waren wir wieder mal auf diesem, muss ich wieder jetzt im Matrosenanzug, diese Schuhe anziehen und diese weißen Kniestrümpfe dazu. Und dann habe ich gesagt, jetzt reicht es mir. Ich bin einfach vom Boot gesprungen. Das gab natürlich riesen Ärger, weil das ist nicht im Sinne des Erfinders, das zu machen. Sieht nachher auch nicht besser aus als vorher dann, wenn es nass ist. Das war richtig ärgerlich, ja. Aber meine Mutter hat mir dann verziehen. Und trotzdem muss ich weiter in den Matrosenanzug anziehen. Ein Satz zu Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Frank-Walter Steinmeier ist für mich, ich kenne ihn seit vielen, vielen Jahren, als wir haben begonnen, unsere Freundschaft begann, als er damals kandidierte, als Kanzlerkandidat. Da haben wir in der Zwischenzeit gemeinsam gefahren und haben dann auf eine andere Weise Berührung bekommen mit der Transplantationsmedizin. Er als Spender seiner Frau von Elke und ich als Empfänger. Und daraufhin haben wir also viele, viele Jahre engen Kontakte, bis heute geht. Und wir sind, für mich ist es ein ganz kluger, auch herzenskluger Mensch. Also ich bin sehr froh, dass wir diesen Menschen als Bundespräsidenten haben. Ein Satz zu Enteignung. Zu Enteignung. Wenn Eigentum der Gesellschaft schaden kann, ist es nicht unlauter, es zu tun. Das ist ja sogar, ich kann mich, glaube ich, erinnern, dass das sogar von der CDU und irgendeinem Parteitag mal in den 50er Jahren ein Programmpunkt war, wenn es anfängt, der Allgemeine zu schaden, ist es auch möglich. Das geht bis hin zur christlich-demokratischen Union. Als probates Mittel. Ein Satz zu Heino. Ein Kollege von mir, den ich seit über 40 Jahren schon kenne. Ein immer höflicher Mann, freundlicher Mensch zum anderen Menschen. Und er macht Musik, die ich nicht machen würde. Aber er ist ein, wie ich finde, ein liebenswerter Mensch, wo man mit ihm arbeitet. Ein Satz zu Till Lindemann, der Sänger von Rammstein. Till ist ein Freund von mir, den kenne ich seit vielen, vielen Jahren. Und uns verbindet eine Freundschaft und gleichzeitig auch ein Respekt von dem, was der andere macht. Das ist gerade so weit gebracht, dass er sogar einen Text geschrieben hat für mich. Also bemühen wir uns hier gerne, ja. Das ist toll. Roland Kaiser singt Rammstein. Ein Satz zum Tanzen. Tanzen ist eine schöne Sache für andere Menschen, für mich nicht. Tanzen Sie? Lange schon nicht mehr. Und das, was ich mal früher getanzt habe. Aber Sie können es bestimmt. Nee, ich habe es nie richtig gelernt. Ich würde sagen, ich habe gehoppelt. Also Sie wissen, die Musik, die man eher so in Diskotheken... Oder in die Klammern. Das ist auch schön so. Ja, also mit Ihrem Mann können Sie doch mal... Also mein Mann tanzt auch nicht. Auch nicht. Also wenn er es versucht, hören wir beide mal ganz schnell wieder auf. Verstehen Sie, deswegen... Meine Frau tanzt auch nicht gerne. Jemand nicht mit mir. Und ich kann wirklich nicht tanzen. Ich habe das ja mal vor uns versucht zu lernen. Wir haben hier in Berlin eine Jazzdancing-Schule gehabt, damals in den 80er Jahren, mit einem sehr, sehr guten Trainer, einem Mann, der am Broadway getanzt hat. Also Louis Milton Jones hieß dieser Mensch. Toller Tänzer. Und ich habe dann einen Kurs belegt, habe da so 500 Mark bezahlt für. Und sollte dann drei, vier Wochen lang trainieren. Da in so einer Gruppe. Und nach ein paar Tagen kam er zu mir und sagte, komm mal in mein Büro, bitte. Ich habe hier... Muss mit dir reden. Dann kam er mir in den Umschlag gegeben und sagt, da ist dein Geld wieder. Ich kann es dir nicht... Aufhören damit, weil die ganzen anderen Mitglieder haben gesagt, solange der hier mitmacht, lernen wir das nie. Also bitte geh nach Hause und komm bitte nicht wieder. Also es ist einfach eine Unfähigkeit, sich im Rhythmus zu bewegen, oder was ist das? Das ist... Ja, es gibt Situationen, ich habe die Situationen erlebt, vor allem, als ich später bin, wo ich dann in diesem Beruf eine Weile dabei war. Da haben wir im Frühjahr noch Sendungen gemacht. Klar. Mit großen Short-Treppen, die man runtertanzen musste, aber dabei singen musste, nicht hinfallen sollte. Und ich habe dann auch Nummern gehabt mit einer Kollegin, damals war es Iron Shier, die Treppe runtergehen, dabei singen, sie umarmen und nicht hinfallen. Und die hat ein langes Kleid angehabt. Das war für mich wie die Besteihung des Mount Everest. Und sie war nett, um mir zu helfen. Es hat irgendwie geklappt. Aber Tanzen ist... Oh, nee, danke. Das kann ich nicht. Das merken wir schon daran, dass es deutlich mehr als Einsatz zum Thema Tanzen war. Ein Satz, aber doch... Nein, ich finde das sehr spannend, weil sie immer auf der Bühne... Man denkt immer, jemand, der so ein Show... Sie sind ja Entertainer und da gehört ja das eigentlich dazu. Und trotzdem verstehe ich jetzt, warum sie meistens einfach schreiten auf der Bühne. Ja, bestimmt. Schreiten, das sagt es, oder? Manchmal bewegt sich ein bisschen bei mir. Einen letzten habe ich noch. Einen Satz zu Igor Levit, dem Pianisten. Ja, das ist ein großer Musiker halt. Das Interessante ist, er war hier im Podcast und spricht übrigens nachzuhören auf ARD Audiothek. Darüber, dass er sagt, er kann nicht auf der Bühne sein, ohne dass er auch politisch auf der Bühne ist. Das ist ein großer Gegensatz zu Ihnen, oder? Ja, ist es. Das ist aber auch keine Erklärung für richtig oder falsch, sondern nur, ich habe das Gefühl, ich habe mit meinem Publikum einen Vertrag für diesen Abend, wenn ich Konzerte spiele, dass sie von mir erwarten, dass ich sie unterhalte und mit einem guten Gefühl nach Hause schicke, dass sie mal anderthalb oder zweieinhalb Stunden nicht wieder über die Weltpolitik nachdenken müssen, über die Probleme, die sie haben, sondern die kommen ja wahrscheinlich zu mir, um dem ein wenig zu entfliehen. Und deswegen mache ich das nicht, sondern nutze die Gelegenheit, in anderen Momenten das zu tun. Roland Kaiser ist zu Gast. Wir reden über Politik und Schlager und ob das zusammenpasst und haben gerade schon angefangen, darüber zu reden. Aber vielleicht muss man erst mal verstehen, Sie sind seit 20 Jahren SPD-Mitglied und angeblich haben Sie schon als Kleinkind auf dem Schoß von Willy Brandt gesessen. Stimmt das? Ja, das hat meine Mutter erzählt, das klingt toll. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Das klingt einfach gut, weil sie hat das Büro geputzt von ihm. Also Ihre Mutter war Putzfrau im Büro von Willy Brandt? Vom SPD-Haus nebenan. Wir haben gewohnt nebenan. Also sie war ja auch von Herzen eine politische Frau. Sie war SPD durch und durch. Das war aber in dem Bezirk kein Wunder. Das war ein Arbeiterbezirk und da waren wir alle SPD. Also das war normal für uns. Willy war unser Bürgermeister und wir haben den geliebt alle. Also das fing schon früh an. Und die Geschichte mit dem auf dem Schoß sitzen? Glaube ich, hat sie mir erzählt, wann es gut klingt. Oder auch ihren Verwandten. Sie sind, haben Sie mal gesagt, als Kind natürlich, Sie haben Brandt jetzt schon erwähnt, Sie haben John F. Kennedy, darüber haben wir in der Sendung auch gesprochen, erlebt. Sie haben mal auch den Satz gesagt, in Berlin konnte man gar nicht nicht politisch sein. In Berlin war es so, dass wir durch den Kalten Krieg und durch die Konfrontationen, die wir hautnah erleben konnten, natürlich logischerweise schnell mit Politik konfrontiert wurden. und das hat mich zu einem politisch denkenden Menschen gebracht, was ich ja keine Frage und hat mir auch diese sogenannte, das Sozialdemokratische eingepflanzt, mehr oder weniger. Durch Willy Brandt, durch die Stadt, durch die Trennung, durch die, auch durch meine Mutter logischerweise, und auch die Verwandten. Das waren alles SPD-Leute. Alle meine Verwandten waren das. Sie waren, da haben wir aufgehört, darüber zu reden, zu der Zeit eben auch dann als junger Lehrling und später dann eben auch in dem Autohaus berufstätig geworden und da sind Sie zum Singen gekommen. Das war ein Zufall. Ich habe in dem Autohaus, mit dem wir sprachen, gearbeitet und da war ein Herr, der ständig kam, um Versicherung dann abzuschließen mit den Kunden. Dessen Bruder war jemand, der Barmanager von einem Sänger aus der Hitparade, Wolf Rose, heißt er heute noch. Und da haben wir so erzählt, das ist alles schwierig und spannend. Ich so, ja, so schwer kann es ja nicht sein. Also, drei Minuten singen, nicht hinfallen, Mikrofon nicht fallen lassen, meine, kann jeder. Und darüber entwickeln wir einen kleinen Streit, sagt er, das zeigt er es mal und dann kommen wir in der Stunde zusammen, wo du singen kannst. Und so kam ich zum Singen. Da bin ich ja hingefahren, habe gesungen und dann hatte ich einen Drei-Jahres-Vertrag plötzlich. Sie haben gesungen in der Ghetto? Von Elvis Presley. Das haben Sie jetzt auf der neuesten CD, die jetzt gerade rausgekommen ist, mit Weihnachtsliedern und dann eben in der Ghetto haben Sie wieder gesungen. Das ist aber nicht das, was Sie dann als Hits hatten. Also, der erste Top-Ten-Hit, den Sie hatten, war Siebenfässer Wein. Ein Song, der jetzt in einem Repertoire nicht mehr bei Ihnen vorkommt. Also, der erste Song, der bekannt wurde, war damals Freitagsnäste allein. Genau, aber der erste Top-Ten-Hit war eben Siebenfässer Wein. Warum singen Sie das nicht mehr? Den kann man nicht, den kann man, das geht nicht. Wenn ich singe, wenn Sie dann so zweieinhalb Stunden Programm haben, wollen den irgendwie passend machen zu den anderen Songs, das geht einfach nicht. Ich werde ja schon anfangen. Dann ist alles schon schön. Da fange ich an zu lachen und das kriege ich nicht hin. Aber Sie haben damals nicht gelacht, aber Sie mochten ihn eigentlich nie wirklich, oder? Ich habe damals... Das ist ein Sauflied. Also, für alle die, die es nicht kennen, muss man einfach mal sagen, das ist ein Lied für Junggesellen, die saufen wollen, oder? Ein Lied für jemanden. Es war ein Lied von einem Mann, der heiraten wollte und den heiraten versoffen hat. Und das war eigentlich ein Lied, was gar nicht für mich gedacht war, sondern für Rex Gildo. Und der hat aber Streit gehabt mit dem Thomas damals, seinem Produzenten, und kam nicht zur Aufnahme. Darf ich mich Tommy zu Hause an? Sagt, kannst du mal vorbeikommen? Ich sage, warum? Du müsstest mal für mich so nett mal eine Demo singen. Ich sage, ja, mach ich. Komm da hin und hör das Lied. Dachte ich, oh Gott. Das ist ein Lied. Das ist nur eine Demo, wird nichts mit passieren. Ich sage, okay. Sing das und fahren wieder nach Hause. Sagen wir nochmal zu ihm. Aber du machst jetzt keinen Quatsch, oder so? Nein, nein, das ist nur eine Demo. Nur für mich privat. Und nach drei Wochen ruft der Geschäftsführer und sagt zu mir, gratuliere. Ich sage, wofür? Na, zu diesem Riesenhit hier. Du hast schon Fernsehen. Hey, ob es gerade das oder da. Ich sage, bitte nicht. Und dann habe ich mein Schicksal gefühlt. Ich dachte, okay, die Herren werden schon wissen, was sie machen. Und das Ding wurde einfach ein großer Hit. Das ist interessant, weil Sie haben ja in der Sendung haben Sie mir erzählt über den anderen großen Hit, der ja eigentlich auch ein Unfall war. Also jetzt ist ein Hit ein Unfall, der zweite, das ist eben Santa Maria. Sie wollten eigentlich ein Lied schreiben über Christoph Kolumbus und es wurde ein Lied über die, wie soll man sagen, über einen jungen Mann, der am Strand einer jungen Frau die Jungfernschaft nimmt. Sie haben das auf den Punkt gebracht, von Herrn Sperger. Ehrlich gesagt, ich höre sie. Es war eher so. Man muss wissen, dass dieser erste Text über das Schiff von Christoph Kolumbus abgehakt war und aufgenommen war, komplett fertig war. Da waren bereits 10.000 Singles gepresst. Und da ruft mich Tommi wieder an, sagt, du musst mal herkommen. Ich sage, was ist los? Komm her. Bin dahin gefahren, sagt er. Ich habe die gerade stoppen lassen, alle werden alle weggeschmissen, die Dinger, du musst einen neuen Text schreiben. Ich sage, warum? Das wird kein Hit so mit dem Schiff. Ich sage, du hast da selber, nein, das wird kein Hit. Neun machen. Und mich dann nach Hause geschickt, sagt, du machst mit dem Norbert noch einen Text, das ist Herr Hammerschmidt, der ist mein Partner gewesen, und macht irgendwas mit Liebe und Strand und Trennung, aber irgendwas, was zu Herzen geht. Also viel Spaß. Das haben Sie erzählt. Dann haben Sie eine Flasche Wein getrunken, zu zweit oder zwei Flaschen, jede eine. Und dann kam dieses Ding dabei raus. Wir haben wirklich übertrieben. Irgendwann habe ich den Satz hingeschrieben, hielt dich Ihre Jugend in den Händen. Dann fing dann Norbert an zu lachen. Sag, was hast du gesagt? Sag, hielt dich Ihre Jugend in den Händen. Sag, das spätst du, das kannst du nicht machen. Schreiben wir einfach hin, das ist ja eh nur ein Scherz. Und habe das nächsten Morgen zu Thomas gebracht. Sag, hier ist der Text. Und er sagte mir, riesig. Ich sage, Tommi, Moment, das ist ein Scherz. Den Scherz nehmen wir jetzt auf, wenn es wirklich gut ist. So, also das ist jetzt schon der zweite Unfall und das glaube ich dann. Irgendwie denke ich, Sie sind doch ein wirklich wahnsinnig intelligenter Mensch. Oder wie die Taz mal geschrieben hat, ein Philosoph gefangen in dem Körper eines Schlagerstars. Toller Satz. Also das war ja eine Zeit, ein anderer Text von Ihnen in der Song Veronika. Da geht es um Sex am Steuer. Also Sie haben eine Weile lang einfach sehr erfolgreich letztlich über Dinge gesungen, die in dieser... Da haben Sie recht. Das habe ich immer gemacht. Also die Gesellschaft war zum Teil noch sehr prüde und offensichtlich war es dann... Das habe ich immer gemacht. So. Bei allen jetzt eigentlich. Im Prinzip, ich habe mir erlaubt zu schreiben, Lieb mich ja letztes Mal. Es war eindeutig klar, die Aufforderung des Menschen, mit seinem Partner zu dritten ist, lass uns doch einmal miteinander schlafen, vielleicht wird es dann wieder gehen. Ich gebe zu, eine solche Offenheit gab es da nicht oft im Schlager. Ja. Warum haben Sie das gemocht oder gemacht? Weil ich glaube, dass Liebe ja nicht nur Händchen halten ist, am Strand spazieren können, sondern auch deutlich mehr ist. Und dass über Sexualität Partnerschaften sich gut festigen können, wenn beide Partner miteinander funktionieren. Ja. Und die Anziehungskraft von Menschen hat ja auch viel mit Erotik zu tun, zueinander. Deswegen habe ich das gerne immer, immer, immer geschrieben. Es fiel mir einfach immer ein und irgendwie auch Joanna ist ja so ein Lied, wo man sagt, dann trifft man eine Frau in irgendeiner Bar oder irgendwie und man spürt, dass hier was gehen könnte. Und es ist ja auch so, dass wenn Frauen signalisieren, ja immer zuerst, nicht Männer. Kommt drauf an. Also das ist eine Debatte, die ist total vergiftet heutzutage natürlich. Ich habe mal zu einem meiner Freunde gesagt, der sagte, ich gehe mal rüber, mache mir die Frau mal gleich. Ich sage, so klar machen. Frauen machen entscheidend selber. Da haben wir gar keine Chance. Niemand macht irgendwas. Eine Frau, wenn eine Frau will, will sie nicht, weil will sie nicht. Was ich auch gut finde übrigens. Wie sind diese Lieder für Sie heute in dem Kontext eben von der MeToo-Bewegung, von dem Bewusstwerden, dass eben es sehr viel Missbrauch gibt in eben auch diesen zufälligen Begegnungen und Kontexten. Wie sehen Sie diese Lieder in diesem Kontext? Ich habe, so lange ich lebe, immer Respekt vor Frauen gehabt, war nie übergriffig, war nie unhöflich und finde, alles Gegenteilige schrecklich im Umgang mit Frauen. Generell. Generell, ich finde es furchtbar. Wollte ich nie tun, habe ich nie getan und werde ich auch nie tun. Immer Achtung, Höflichkeit, Freundlichkeit, das war's. Gab es in Ihrem Leben eigentlich einen Augenblick, wo Sie sich entschieden haben, ganz bewusst, dass Sie nicht Rolling Stones machen, sondern eben Schlager und ganz bewusst, dass Sie, was ja auch in dieser Zeit sehr stark war, es gab natürlich politische Sänger auch, Sie sind ein politischer Kopf, gab es einen Moment, wo Sie das bewusst entschieden haben, dass Sie, wenn Sie Musik machen, eben diese Art von Musik machen und nicht eine andere. Also da Thomas mir den ersten Vertrag gegeben hat und seine Ausrichtung war, sagen wir mal, Unterhaltungsmusik und ich gemerkt habe, dass meiner, so lapidar hin gesagt hat, den Satz wie, das kann ja so schwer nicht sein, gemerkt habe, dass es eben doch schwer ist, das Leichte ist schwer. Die Leichtunterhaltung ist schwer und habe dann meine, meine, meine Freude daran gefunden und mache das bis heute gerne. Also, wenn man das perfekt machen will, ist das eine schwere Arbeit. Also, ich habe da meinen Respekt vor und ich bin ja auch ein großer Freund von den großen amerikanischen Künstlern wie Sinatra und Sinatin, Dean Martin und diese Leute, wo ich sage, diese scheinbare Leichtigkeit, es ist nur eine scheinbare Leichtigkeit, und da ist wirklich jeder kleinste Gag und alles perfekt vorbereitet. Da ist nichts mit. Dean Martin war betrunken auf der Bühne, im Leben nicht. Hat das gut gespielt. Interessanterweise haben Sie damit aber natürlich eine Zuschauerschaft, die Sie dann, wenn Sie dann doch politisch mal sind, auch manchmal vor den Kopf stoßen. Also Pegida war doch der Moment. Sie haben eine Rede gehalten, 2015 in Dresden, auf einer Anti-Pegida-Kundgebung, wo Sie solche Sätze gesagt haben, wie wir müssen toleranter sein, als andere Völker. Es ist doch krank im Kopf, auf die deutsche Nationalität stolz zu sein. Und es gab die Fans, die gesagt haben, du bist ein Volksverräter, du bist ein Heuchler. Wir schicken dir die CDs zurück, oder? Auch passiert. Aber ich habe ja in Ihrer Sendung bereits gesagt, dass das kann nicht mein Kriterium sein, meine Meinung für mich zu behalten. Und ich muss Sie sagen dürfen, auch wenn es Reaktionen gibt, aber Sie sind ja eben nur in der Minderzahl, diese Reaktionen. Es ist nicht die Mehrheit, auch wie viele mir. Der Sigmar Gabriel, der hat mich damals eingeladen, zum Zweigergespräch, als ich eingetreten bin, sagte, ich möchte mal den Mann kennenlernen, der eigentlich Unterhaltungsmusik macht und trotzdem in der SPD ist. Und das ist ganz laut. Und das passt eigentlich gar nicht. Ich sage, das ist aber in Ordnung von Ihnen. Weil ich finde, politisch denken kann auch mit Unterhaltung einhergehen und umgekehrt. Und dann hat er mir gesagt, ja, deswegen ist es ja fast wichtiger, wenn Leute wie Sie sich mal dazu bekennen, als wenn erwartbare Leute das tun. Und ich habe gemerkt, dass die Menschen es durchaus richtig finden, wenn einer sagt, ich bin Mitglied einer demokratischen Partei in Deutschland und stehe dazu ein. Ich habe nie erlebt, dass Leute sagen, wenn es in die CDU kommen soll, dann würden wir nicht wieder mehr hören. Das gab es nicht. Insofern, das ist alles gut. Aber unter den Sozialdemokraten haben Sie jedenfalls viele große Fans. Kevin Kühnert, auch Gast in diesem Podcast, ist ein großer Fan von Ihnen. Der wird jetzt Generalsekretär von der SPD. Wie finden Sie das? Das finde ich gut, weil er hat ein kluger Kopf und ich finde, er sollte Verantwortung übernehmen. Haben Sie ihm wirklich gesagt, dann muss er Krawatte tragen? Habe ich nicht gesagt, nein. Im gemeinsamen Gespräch, wenn er dann doch mal irgendwie da hinkommt. Das empfehle ich immer dann logischerweise. Man muss irgendwie dann auch ein bisschen vernünftig aussehen. Wer weiß. Ja, also ich kann mir den gar nicht mit Krawatte vorstellen. Es ist ja auch manchmal der Umgang mit ihm nicht ganz fair. Also wenn so Gespräche geführt werden wie damals, dann wird ein Einsatz rausgezogen, da steht, er will BMW enteignen und so ein Blödsinn. Also das ist ja, die sind ja nicht ganz fair, die Leute. Also Sie freuen sich, dass er Generalsekretär wird und Olaf Scholz wird, so wie es aussieht, nächste Woche Bundeskanzler. Ich werde das gut machen, der Kevin, ganz sicher, ja. Hätten Sie gedacht, dass die Sozialdemokraten wieder so auferstehen aus Ruinen, wie man so schön sagen könnte? Also, dass es zu einem Wahlsieg gereicht hat, hätte ich jetzt nicht vor einem Jahr gesagt. Wahrscheinlich sie auch nicht. Aber als ich gemerkt habe, dass der Wahlkampf strategisch gesehen sehr klug geführt wurde, den hat der liebe Herr Lars Klingbeil gut gemacht, ganz toll gemacht, dass er sich auf Olaf Scholz konzentriert hat und nur auf ihn war die richtige Entscheidung. Und natürlich hat es ein wenig eben in die Karten gespielt, dass die konkurrierenden Parteien in ihren eigenen Reihen Unruhe hatten und teilweise Fehler gemacht haben. Keine Frage. Wir sprechen gleich über Corona-Krankheit an sich und auch die, die Sie schon erwähnt haben, die Sie eraltert. Aber erst gibt es hier noch eine Kategorie. Das ist der Fragebogen in unserem Podcast. Welcher historischen Person würden Sie gerne einmal begegnen? Ich hätte gerne Helmut Schmidt länger und intensiver kennengelernt. Ich habe ihn einmal kennengelernt auf einem SPD-Parteitag, aber ganz kurz nur. Ich hätte mich gerne mit diesem Mann mal so lange unterhalten wie Sie, Frau Meitschberger. Wirklich. Ja, ich vermisse ihn auch manchmal, muss ich sagen. Sind Sie lieber dafür oder dagegen? Dafür. Der wichtigste Tag? Es gibt viele wichtige Tage. Es waren die Geburten meiner Kinder, ganz sicher. Der wichtigste Song für Sie? Mein eigener, ich denke schon, ist für mich bis zum nächsten Mal. Mein Abschiedssong, wenn ich bei jeder Tournee singe, in jedem Konzert singe, mit den Leuten sage, Es war ein toller Abend und ich verspreche euch, wir sehen uns wieder. Was ist für Sie das größte Unglück? Wenn die Menschen, die ich liebe, wenn denen was zustoßen würde. Und wofür sind Sie dankbar? Für mein zweites Leben in erster Linie. Reden wir gleich drüber. Das wichtigste Buch? Das wichtigste Buch? Ich habe, in meinem Leben war es, war es die Bücher von Dale Carnegie, die ich gelesen habe, beide, die ich ganz toll fand, dieses zu lernen, mit Menschen umzugehen, das war ein gutes Buch. Halten Sie sich für einen guten Freund, das passt dazu. Ja. Das kann ich nicht. Ich halte mich für einen sehr guten Freund. Ich bin für Freunde, ich habe nicht viele, aber die, die ich habe, können mich nachts um drei anrufen, ich stehe auf und helfe ihnen. Roland Kaiser ist heute zu Gast. 2000 haben Sie wahrscheinlich so eine extremste Form der Machtlosigkeit erlebt, nämlich die schwere Krankheit. Sie konnten plötzlich, Sie haben keine Luft mehr bekommen. Wie hat sich das angedeutet und wie geht man damit um, wenn man merkt, dass plötzlich ein so wichtiger Teil des Körpers nicht funktioniert? Ja, die Lunge ist sowieso etwas, was ganz faszinierend ist. Wir merken sie nie, wir spüren sie nicht, sie tut nie weh. Und plötzlich funktioniert sie nicht mehr. Man ist morgens wach und man kann nicht mehr durchatmen bis in den Körper hinein. Das macht hier oben irgendwie Mitte der Bruststopp. Sie können nicht mehr tief Luft holen und Sie kriegen auch die Luft nicht mehr raus richtig, die Sie eingeatmet haben. Das ist ein ganz furchtbares Gefühl. Hat mir mal jemand erklärt, wenn man sich die Nase zuklemmt und durch einen Strohhalm atmet würde, Das habe ich ja immer gemacht, ja. Das ist nicht lustig. Aber wenn Sie das permanent haben, ich bin dann, logischerweise, habe ich da gedacht, das wird schon wieder vorbei, ging aber nicht vorbei. Dann bin ich mit meiner Frau zum Lungenverraten gegangen und der hat dann mich sofort in den Krankenhaus überwiesen. Da habe ich diese Krankheit dann diagnostiziert bekommen, die heißt COPD, chronisch obstruktive Bräuchidies. Das heißt, der Gasaustausch funktioniert nicht mehr und Sie können irgendwann keine, Sie haben einen Lungenvolumenverlust von ungefähr, naja, 60, 50, 60 Prozent. Das Ende ist dann vorauszusehen. Das wird dann auch immer weniger? Das wächst mit jeder Infektion, wird das weniger, also es baut sich nicht mehr auf. Und man wird jeder Infektion, wie gesagt, verliehen Sie noch mehr Lungenvolumen. Und deswegen wird man sich schützen mit Einnahmen von Medikamenten, unter anderem mit Kortison und solchen Dingen. Alles andere als schön. Woher kam das bei Ihnen? Also das ist eine Krankheit, die kennt man im Zusammenhang übrigens auch mit Aids-Kranken, die das häufig als eine Art von, ja, Nebeneffekt haben. Woher kam das bei Ihnen? Ich vermute, das war bei mir das Rauchen. Ich habe da eine Disposition für offensichtlich. Wie viel haben Sie geraucht am Tag? Schachtel, dreieinhalb manchmal, zwei. Und dann sind Sie Sänger und kriegen keine Luft mehr und gehen trotzdem auf die Bühne und verheimlichen es allen und sagen auch der Familie, die sollen nichts sagen. Ja, ich weiß, ja, das war ein Riesenseelabes. Man kriegt das doch mit, also man kriegt doch mit, dass jemand auf der Bühne offensichtlich dann nicht mehr, also... Ich habe das gut kaschieren können. Gut, die Töne wurden etwas kürzer. Die Töne wurden etwas kürzer. Das gebe ich zu, ja. Ja. Und man wirkte auch logischerweise weniger beweglich und weniger agil und gesund, keine Frage. Teilweise mit blauen Lippen, also nicht schön. Und ich habe das einfach nicht den Leuten sagen wollen, weil ich damit gesagt hatte, ich bin jetzt verletzt, ich bin jetzt am Ende und das müsst ihr nicht wissen. Ich habe meine Frau, meine Familie gezwungen, das auch nicht zu sagen. Zum Nachhinein. Vollkommen falsch gewesen. Ich habe dann in einem Ratgeber, den ich geschrieben habe, den Leuten mal gesagt, sagt allen anderen bitte, was ihr habt, damit die anderen wissen, wie sie mit euch umgehen können, ohne euch in Schwierigkeiten zu bringen. Ich habe diese Situation erlebt, da hat ein Regisseur gesagt zu mir, da gehst du die Treppe hoch, dann gehst du um, rum, die rund, um, drüber und dann wieder rund auf der anderen Seite. Ich sah aus wie ein Tod auf Latschen und war völlig am Ende, hat mir nur geschadet, statt dem zu sagen, hör mal zu, ich habe das und das. Mach ich nicht. Würde er sagen, setz dich hin, mach es im Sitzen. Und niemand kam auf die Idee, Herrn Bucelli zu sagen, gehen Sie mal die Treppe da runter, sagt er, ich bin blind. Also, da man das nicht sah, was ich hatte, müsste man die Leuten sagen, ich habe das und das, dann würde auch keiner auf die Idee kommen, in einem Betrieb zu sagen, nimm mal die Karrenfahr da hinten zwei Kilometer einfahren und lauf wieder zurück. Okay, Kollege, du machst das da drüben. Und dann kommt ja noch was dazu, also jemand, der so exponiert dann auf der Bühne ist wie sie und man merkt so ein bisschen, da kommt was, dann denkt man, was hat denn der, ist der betrunken, hat der ein Alkoholproblem oder so, also irgendwann mal ging es ja auch nicht mehr, oder? Das ist das Problem, da haben sie völlig recht. Meine Frau hat gesagt, du reißt mit dem Hintern ein, was du mit den Händen aufgebaut hast jetzt. Du musst das sagen, weil ich habe keine Lust mehr, das für dich immer zu verheimlichen und obendrein kommt dazu, dass die Leute anfangen zu spekulieren. Dann trinkt er, nimmt er auch viel Drogen, irgendwas, so kann man nicht aussehen sonst. Haben Sie jemals Drogen genommen im Leben? Nein. Gut, dann hat er schnell geklärt. Und deswegen habe ich das irgendwann gesagt und dachte, weil dann standen die auf Applaudierten und ich dachte, warum hast du denn die gleiche gesagt, du Trottel? Das wäre doch viel einfacher gewesen. Dann reingst du jetzt sechs, sieben Jahre damit rum und quälst dich, statt einmal zu sagen, ich habe folgendes Problem, das, 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 das wäre es gewesen. Sie mussten in dem Moment aber davon ausgehen, dass Ihre Karriere erstmal natürlich komplett zu Ende ist, weil eine Lunge zu bekommen in der Transplantation ist ja etwas, was nicht so leicht gelingt. Also wir kennen alle die Probleme, die es eben in dem großen Thema Organtransplantation gibt. Haben Sie für sich abgemacht, das war es mit der Bühne? Ich werde nicht mehr singen. Ich habe das gleiche gesagt, komm wieder, mir war das klar. Meine Frau meinte dann zu mir, naja, ich kenne dich ja, du bist ja sowieso, ja gut, wenn du meinst, komm wieder, dann komm mal wieder. Aber sie hat es mir geglaubt, weil ich, sie war von meinem Optimismus überzeugt. Dummerweise habe ich dann nach der Operation so gesprochen, habe ich dann Logopädie gemacht, habe gearbeitet daran und irgendwann am heiligen Abend 2010, und 10 habe ich morgens meine Frau gefragt, sag mal, was wollen wir ins Frühschnecken oder nicht? Da war die plötzlich wieder da, in voller Kraft. Das war so eine Art von der Dich, hallo, heute ist Heiligabend, was ist denn da los? Das war eine schöne, tolle Situation gewesen, eine ganz besondere. Danach haben Sie noch mal ganz schön losgelegt, es hat ja noch mal einen richtigen Karriere-Schwung gegeben. Sie werden lachen, manchmal stehe ich auf der Bündigung, da stehen da junge Mädchen, 18, 20 und können in jedem Text mitsingen. Dann denke ich mir, was macht ihr hier eigentlich? Ich bin fast 70, meine Kinder. Es gibt doch so viele schöne neue Sachen auf diesem Planeten. Aber die finden das toll, die Musik, die mögen diese Art. Meine Tochter hat mal einen ganz interessanten Satz gesagt, sie hat mir gesagt, warum kommen hier so viele junge Menschen? Sie hat gesagt, weil du ihnen nichts vorspielst. Weil du stellst dich ja hin, bei 38 Grad im Sommer und trägst einen Dreiteiler mit Krawatte. Du versuchst nicht, uns zu imponieren, indem du eine Jeans anziehst und ein T-Shirt und Linderjacke. Und willst uns anbiedern, sondern du bleibst, wie du bist. Das finden wir cool. Daran mag es liegen. Auch. Ich würde gerne dieses Gespräch trotzdem noch einmal zu einem der wichtigsten Themen im Moment bringen. Und das hat etwas mit der Gesundheit zu tun. Weil Sie jemand sind, der lernen musste, wie schnell alles vorbei sein kann, wenn der Körper nicht mehr funktioniert. Und wir sind in einer Zeit, in der ganz viele Menschen offensichtlich immer noch nicht glauben, dass es eine ernsthafte Bedrohung ist, Corona zu bekommen. Vielleicht wächst das jetzt so nach und nach. Und jetzt werden sie gezwungen, geimpft zu werden. Das letzte Mal, als wir gesprochen haben, war das noch nicht absehbar. Jetzt aber bringt der Kanzler Olaf Scholz ins B ein Gesetz auf den Weg. Im Bundestag wird darüber abgestimmt. Jeder nach seinem Gewissen. Olaf Scholz hat gesagt, ich werde dafür stimmen. Sind Sie dafür, auch eben in Anbetracht dessen, was Sie gesundheitlich hinter sich haben, dass die Menschen auch zu solchen Dingen dann am Ende doch auch verpflichtet werden? Also ohne, auch ohne den Hintergrund meiner Erkrankung wäre ich dafür. Weil ich glaube, dass diese sogenannte körperliche Unversehrtheit in dem Fall zurücksteht hinter der sogenannten körperlichen Unversehrtheit der Gemeinschaft. Weil ja, wenn ich als nicht geimpfter Mensch, ist meine Viruslacht deutlich höher und länger aktiv als bei einem Geimpften. Also meine Chance, andere zu anzuhören, ist viel größer. Also ich erwarte hier von den Menschen Solidarität in anderen Menschen und sich selbst gegenüber. Deswegen glaube ich, dass die Impfpflicht die einzige Chance ist, daraus zu kommen. Das ist die einzige Chance, die wir haben, als Gemeinschaft wieder in die Normalität zu kommen. Eine andere gibt es nicht, glaube ich. Nun ist ja eine Impfpflicht kein Impfzwang. Es kommen ja keine drei Polizisten und schleppen sie dahin. Klar, aber wenn man erwischt wird, muss man ein Bußgeld zahlen. Und wenn man ein Bußgeld dann nicht zahlt, kommt man irgendwann mal, das wissen wir. Wenn es dann letztlich eine Ordnungswidrigkeit ist oder eben ein Verstoß gegen ein Gesetz ist. Natürlich, es kommt auch dazu, dass uns die Gesellschaft sich schützen muss, da ganz klar. Der wird eine Bahn sagen, ja gut, 2G plus. Und wenn du nichts mehr gibst, kannst du geben, nicht mehr Bahn fahren. Das wird so kommen, dass Ungeimpfte anfangen müssen, darüber nachzudenken, wo sie Fehler machen in dem Fall. Und ich finde, es gibt auch keinerlei, außer man ist medizinisch nicht in der Lage, sich impfen zu lassen. Wie bitte außen vor, aber der Rest muss das einsehen. Wir sind alle geimpft und als Kinder bereits, es geht uns allen gut. Wo wären wir ohne Schluckimpfung gegen Kinderlämung, wo wären wir ohne Pockenimpfung? Die Frage sollte ich mir auch mal stellen, bevor ich immer alles verneine. Wichtiges Wort. Sie haben uns, damit wir uns alle wieder ablenken können. Zu Weihnachten eine CD geschenkt mit Weihnachtsliedern. Darauf unter anderem auch mit Jan-Josef Liefers und Axel Prahl, ein Tazent. Was glauben Sie, wie sollten wir dieses Weihnachten begehen, das ja auch trotzdem noch unter dem Eindruck ist, kann man sich treffen, kann man sich nicht treffen, die Weihnachtsmärkte sind abgesagt. Ich würde auch hier Verantwortung voranschicken. Ich würde gucken, dass ich mit Menschen treffe. Ich will wissen, seid ihr geimpft und seid ihr bereit, trotzdem einen Schnelltest zu machen an dem Tag. Ich mache das immer, jeden Tag. Wir beide haben es heute Morgen auch gemacht. Genau, ich frage das auch ab bei meinen Freunden, wenn wir die einladen und die mir sagen, ich mache das, dann glaube ich denen das. Und wer dann sagt, du, ich habe keinen Bock zu, dann müssen wir abwarten, bis wir es wieder sehen können. Ich finde, das ist man sich gegenseitig schuldig, finde ich persönlich. Und wie feiern Sie Weihnachten? Mit meiner Familie in Ruhe bei uns in Münster und dann werde ich meine Frau schnappen und meinen Dackel und dann fahren wir am zweiten, dritten Weihnachtsverkehr einfach nach Sylt in unser Haus und gucken, dass das Wetter mal ab und zu schön wird, dass ich ein bisschen fliegen kann. Ich wünsche Ihnen eine wunderbare Weihnachtszeit. Ich hätte noch mal eine Stunde Fragen, aber ich freue mich sehr, dass das heute geklappt hat. Wir können Sie wieder treffen, kein Problem. Sehr gerne, sehr gerne. Roland Kaiser, vielen Dank für dieses Gespräch. Danke schön. Das war Maischberger, der Podcast. Ich freue mich, wenn wir uns nächstes Wochenende wiederhören, dann mit Petra Gerster. Maischberger, der Podcast ist eine Produktion von Vincent Productions im Auftrag des WDR. Redaktion Jens Holger-Fink, Janne Hoppe. Ton und Schnitt, Mixwerk. Grafik, Frauke Weißhuhn. WDR-Redaktion, Elke Ma, Dirk Müller.